Musik Am 14. März 2016 erblickte ein Hannoveraner Hengstfohlen das Licht der Welt. Das ist Nico, mein erstes selbstgezogenes Fohlen. Musik Musik Nach beinahe zwei Jahren auf der Weide ist er mittlerweile zurück zu Hause. Nico ist kein Hengst mehr, ich habe ihn bereits legen lassen. Jetzt beginnt für meinen kleinen Mann langsam der Ernst des Lebens. Nico ist neugierig, ihm macht kaum etwas Angst und er lernt sehr schnell. Er kann aber auch sehr respektlos werden. Seine Ausbildung wird eine große Herausforderung für mich, vor allem, da ich diese selbst übernehmen möchte. Aber ich freue mich wahnsinnig auf viele spannende und lehrreiche Jahre mit ihm. Musik 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 Musik